Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Franz Müntefering eine Anekdote aus dem Jahr 2005 erzählt, die mehr über ihn, die SPD und Merkel aussagen, als ihm selbst wahrscheinlich bewusst war in dem Moment. Im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Da waren so 10, 12 Leute da und die haben gesagt, naja, mit der FDP, das war noch nicht so, aber gucken Sie mal zu, wenn man ein gutes Ministerium kriegt oder so. Als sie wieder ins Büro kamen, sagte mir meine Sekretärin, die Sekretärin von Herrn Westerwelle hat angerufen, er spricht nicht mit dir und mit keinem. So wurde Merkel Kanzlerin. Das wusste ich auch genau. Die war auch angenugt. Die hatte 3,3% weniger, wir hatten 4,9% weniger. Das saßen zwei zusammen, die beide verloren hatten und jetzt, wie kriegen wir das hin? Und verursacht hatten, dass die beiden Genies, Lafontaine und Gysi, die sich da kurz vor der Wahl zusammenschlossen und uns die 4,9%. Die haben Sie richtig gerne, ne? Geklaute haben. Ja, so ist der ganze Mist gekommen damals. Wie war denn die Reaktion von Frau Merkel, als Sie dann mit ihr Kontakt aufgenommen haben? Also Frau Merkel hat mich angerufen, hat gesagt, wollen wir nicht miteinander sprechen. Und da habe ich gesagt, ja gut, wieso nicht? Wir waren in dem Haus, wo die Fraktionsvorsitzenden sind, Sie oben, ich da drunter. Die vorne waren die Journalisten, die passten auf, dass sie uns nicht trafen, aber hinten war eine Treppe. Das wusste keiner und dann haben wir uns besucht gegenseitig. Und dann haben wir miteinander geredet und irgendwann hat sie dann gesagt, ja irgendwie müssen wir ja jetzt Verantwortung vom Volk, müssen wir irgendwas machen. Können wir nicht mehr über eine Koalition sprechen? Da habe ich gesagt, Frau Merkel, Sie haben die neue soziale Marktwirtschaft propagiert. Und da hatte sie im Oktober, sie war die große Reformerin, das ging gegen Arbeitsrechte, das ging für Privatisierung, Gesundheitswesen. Ein sehr neoliberales Programm, muss man sozusagen. Alles von März bestimmt. Das muss alles weg. Dann sind wir bei Null. Dann fangen wir an zu verhandeln. Und da hat sie eine Minute gebraucht, dann haben wir einen Termin abgemacht. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Es war interessant, dass weder März noch Koch oder irgendeiner von denen in einem Kabinett auftauchten. Ob die nicht wollten oder ob sie sie nicht gelassen hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, das war damals alles spitz auf Knopf. Und ich habe ja damals auch gesagt, sie kann das nicht, aber die konnte das schon. Die hat da schon einen ganz guten Job gemacht. Das muss ich schon zugeben, ja. Was ist hier auffällig? Viele erinnern sich vielleicht an den Auftritt von Gerhard Schröder in der Elefantenrunde, wo er gesagt hat, ich mache es oder keiner macht es. Also auf keinen Fall wird Merkel Kanzlerin. Da steht ihr nicht zu. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, in dem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Die Deutschen haben keine Kandidaten, sondern sie haben Parteien gewählt. Und insofern, sagen Sie, ich meine, was fragen Sie mich? Ich sage Ihnen, ich führe Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, die werden erfolgreich sein. Wenn Frau Merkel eine Koalition hinkriegt mit der FDP und den Grünen, dann kann ich dagegen nichts sagen. Das werde ich auch nicht tun. Aber sie wird keine Koalition unter ihre Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Und hier zeigt sich, dass das kein einmaliger Ausrutscher von Gerhard Schröder direkt nach der Wahl war, hervorgerufen durch die große Enttäuschung, sondern dass das eine Haltung war, die generell in der SPD verbreitet war. Und auch bei Franz Münteferien. Die CDU hatte ein Wahlprogramm beschlossen und es erscheint ihm vollkommen selbstverständlich zu sagen, das, was ihr beschlossen habt, das ist nichts wert, das müsst ihr erstmal alles abräumen und dann fangen wir überhaupt erst an zu reden. Und das ist ihm augenscheinlich auch jetzt überhaupt nicht peinlich. Was drückt das aus? Es drückt fehlenden Respekt aus, eine tiefe Verachtung und auch ein fehlendes Demokratieverständnis aus meiner Sicht. Es ist im besten Fall die Haltung, wir die Sozialdemokraten, wir sind die Guten, wir wissen, wo es lang geht und ihr könnt eure neoliberalen Positionen, die sowieso Schwachsinn sind, das könnt ihr schon mal komplett vergessen, seid am besten genauso wie wir. Also im Kern ist es auch das, was ihr jetzt immer noch denkt, augenscheinlich. Und tief blicken ist natürlich besonders auch die Reaktion von Merkel, die anscheinend innerhalb von einer Minute bereit war, alles abzuräumen. Der, das CDU-Parteiprogramm, überhaupt nichts wert war. Ihr es inhaltlich anscheinend egal war. Also jedenfalls das ist der Eindruck, der sich aus der Erzählung von Müntefering ergibt. Und genauso kam es ja auch, dass CDU-Positionen in allen Bereichen abgeräumt wurden unter Merkel. Aus meiner Sicht zeigt sich hier ganz eindeutig, dass Merkel gefühlsmäßig mit der CDU gar nicht viel zu tun hat und dass sie illoyal ist. Es war dann ja auch so, dass Leute, die konservative Position vertreten haben, wie Merz oder Koch, dass sie mehr oder weniger weggeräumt wurden, weil nichts mehr von ihnen gehört hat unter Merkel. Dass sie systematisch unter Merkel alle verschwunden sind. Viel sagen waren auch die Aussagen über La Fontaine. Man muss sich an das Jahr 1998 erinnern. Aus meiner Sicht hat die SPD damals nur inhaltsleere Versprechungen gemacht. Wir senken die Arbeitslosigkeit um die Hälfte. Wie sie das machen, das haben sie nie genau erklärt. Und ganz wichtig, die Medien haben auch nie kritisch nachgefragt. Die CDU und die FDP wurden ganz oberflächlich für soziale Kälte kritisiert und dass alles schlecht ist. Also das Verhalten der Medien gegenüber der SPD war genau umgekehrt wie gegenüber der AfD. Und gegenüber der Regierung auch umgekehrt wie heute. An der CDU-FDP-Regierung wurde alles kritisiert, was man kritisieren konnte. Es wurde aber nie kritisiert, dass die SPD augenscheinlich keine Konzepte hat. Es war dann ja auch so, dass die ersten vier Jahre so gut wie nichts passiert ist in puncto Wirtschaftspolitik. Jedenfalls das ist meine Erinnerung. Ihr könnt mich ja korrigieren. Als es mit der Arbeitslosigkeit Anfang der 2000er immer schlimmer wurde, sah sich dann Gerhard Schröder in der zweiten Amtsperiode genötigt, die Harz-Reform zu machen. Für die die SPD dann abgewählt wurde. Merkel war dann augenscheinlich Nutzdiensterin der Harz-Reform. Jedenfalls ging es nach 2005 mit der Arbeitslosigkeit wieder zurück. Die großen Wahlversprechen der SPD 1998 wurden sofort nach der Wahl abgeräumt. Und aus diesem Grund trat Roscar Lafontaine als Finanzminister zurück. Und damals hatte Lafontaine meinen Respekt. Ich war nicht seiner Meinung, aber augenscheinlich er stand zu dem, was er vorher versprochen hat. Wohingegen für den Rest der SPD war es vollkommen egal, was sie vor der Wahl gesagt hatten. Und die Medien haben das auch überhaupt nicht kritisch aufgegriffen. Wie gesagt mit den Medien, es war aus meiner Erinnerung jedenfalls genau das Gegenteil von heute. Und Leute wie Franz Müntefering, die haben das damals auch genau gewusst. Und sie wissen das auch heute, wenn sie scheinheilig die AfD kritisieren, ihre Oppositionsarbeit und wie sie sehen, dass die Regierung nicht kritisiert wird. Sie wissen das ganz genau, die Ungerechtigkeit damals wie heute. Und es ist für sie vollkommen selbstverständlich. Sie befinden sich augenscheinlich in einem Kampf. Demokratische Werte haben sie damals wie heute in Wahrheit verlacht. Sondern es geht darum, dass sie bevorteilt werden. Und dann ist es gut und die anderen werden runtergedrückt. Und da sind alle Methoden recht. Es zeigt sich ganz eindeutig, dass Franz Müntefering sauer ist, dass Oskar Lafontaine nicht mitgespielt hat. Für ihn ist es selbstverständlich, dass Oskar Lafontaine, ja wie er, seine Versprechungen einfach über Bord wirft. Das, was er vorher gesagt hat, am Tag nach der Wahl nichts wert ist. Das ist vollkommen selbstverständlich und wie Lafontaine es denn nur wagen könnte auszubrechen. Stattdessen wird Lafontaine kritisiert, wie er es denn nur wagen könnte, mit Gysi eine Partei zu gründen. Das sei ja also vollkommen blödsinnig und dumm und illoyal. Das heißt, Lafontaine hat so zu spuren, dass die Machtinteressen der SPD, dass das funktioniert. Was man vor der Wahl sagt gegenüber der CDU, das ist sowieso alles Kampf. Da geht es eigentlich hauptsächlich darum, den Gegner niederzumachen. Mir ist die große Aggressivität von SPD und Grünen immer aufgefallen. Ich weiß nicht, wie ihr euch da an die Zeit erinnert. Aus meiner Sicht kann man hier sehen, dass das, was wir heute sehen, dass es damals klar angelegt war. Dass aber FDP und CDU damals die Augen davor verschlossen haben. Dass die ganzen konservativen, demokratischen Leute das nicht sehen wollten, das verdrängt haben. Was bestimmt aber auch eine Rolle gespielt hat, war das permanente positive Selbstframing. Eben diese psychischen Propagandamethoden, wie wir sie heute kennen. Alles das fand damals in einem bestimmten Rahmen auch schon statt. Es eskaliert jetzt nur immer mehr. Die testen permanent einfach die Grenzen aus. Und versuchen den Meinungskorridor zu ihren Gunzen zu verengen. Und gucken immer, wie weit sie gehen können. Und wenn sie sehen, dass es klappt, dann gehen sie noch einen Schritt weiter. Und wenn das nächste klappt, dann gehen sie wieder noch einen Schritt weiter. Sie kennen keine Grenzen, außer man setzt ihnen Grenzen. Man kann nur hoffen, dass die AfD jetzt aufgewacht ist. Dass die Konservativen, die demokratischen Kräfte, egal aus welcher Richtung, dass sie die Gefahr erkennen. Die damals schon real war und die damals verdrängt wurde. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut!